Hi, ich beantworte jetzt wieder coole Fragen von euch. Creepy der Creeper fragt, was für ein Aufnahmeschneid- und Renderprogramm verwendest du? Tja, das ist natürlich das wunderbare Camtasia Studio 8. Ich glaube zumindest, dass es 8 ist. Und ja, das Programm ist sehr nett zu mir. Wer meine letzte Terraria-Folge gesehen hat, der weiß, was ich meine. Was ist das? Aber Camtasia ist trotzdem cool. PixelRitterTV fragt, ist das ein kostenloses Spiel? Und ich glaube, damit meint er das Spiel, dass ich zu meinen 10.000 Abonnenten-Specials veröffentlichen werde. Auch mein persönliches Apple-Stream-Spiel, was ich da mit dem RPG-Maker erstelle. Ich glaube schon, dass das kostenlos sein wird. Aber, wenn ihr mich jetzt abonniert, abonniert mich, abonniert mich, dann wird das schneller kommen, das Spiel höchstwahrscheinlich. Und dann werdet ihr auch früher Geld sparen, weil das ja kostenlos sein wird. Macht Sinn, oder? Ja, also abonniert mich, abonniert mich, abonniert mich. WolfGamer fragt, Ruben, hast du Haustiere? Wenn nicht, welches würdest du dir holen? Welches Geschlecht, Name und... Riechst du gut? Like. Ähm, ja, ich hab Haustiere, sogar mehrere. Ich hab ne Katze. Ne Katze, ne Katze, ja, ganz standardmäßig. Und ich hab auch was Exotisches, nämlich, ich hab zwei Bart-Agamen. Also, das sind die Echsen da mit den Stacheln. Die sind cool. Ich mag die, die... Die sind voll toll. Und die Katze auch. Und... Ich rieche gut. Oder... Oder so. Okay. Darko Crafter fragt, freust du dich auf Pokémon Sonne und Mond? Moment mal. Hört ihr das? Und die letzte Frage von Peter Bumsflocke. Karotte? Moment. Das ist ne Anti-Frage. Uff. Hab ich also wieder nicht aufgepasst. Ja, Karotte, Karotte passt schon cool. Okay, ciao. Lul. Ja, also abonniert mich, abonniert mich, abonniert mich.